Freunde, heute werden wir über sieben solche Früchte erfahren, die jede Person essen muss, insbesondere wenn sie 50 Jahre alt oder älter sind. Dann ist es ein Muss für sie, diese Früchte täglich zu konsumieren. Das heutige Video handelt von ihnen. Es ist für alle Menschen, die sich um ihre Gesundheit kümmern und ein gesundes Leben führen möchten. Also lassen Sie uns das durch eine Geschichte verstehen. Einmal sagte ein buddhistischer Mönch, der ein großer Experte in Ayurveda war, seinen Schülern etwas zum Thema Gesundheit. Dann steht ein Schüler auf und sagt zu dem Mönch, Mönch, bitte erzählen Sie uns heute einige einfache Möglichkeiten, mit denen wir und die älteren Menschen in unserem Haus, die über 50 Jahre alt sind, den Grad an Kraft und Energie in ihren Körpern erhöhen können und der Körper gesund wird. Als er die Worte des Schülers hörte, lächelte er und sagte, Sohn, wenn wir den Grad an Kraft und Energie in unserem Körper erhöhen und unseren Körper gesund halten wollen, müssen wir einige Früchte konsumieren. Wir sollten sie in unsere tägliche Ernährung aufnehmen. Der Mönch sagt weiter, Sohn, heute werde ich Ihnen von sieben Früchten erzählen, die die Energie und Kraft Ihres Körpers erhöhen und Ihren Körper auch gesund halten werden. Dann sagt der Mönch, Sohn, jetzt, was ich Ihnen sagen werde, hören Sie sehr genau zu den sieben Früchten, von denen ich Ihnen heute erzählen werde. Beeren, einschließlich Heidelbeeren, Erdbeeren, Himbeeren und Brombeeren, gehören zu den nährstoffreichsten Früchten, die erhältlich sind. Sie sind nicht nur köstlich, sondern auch vollgepackt mit einer Vielzahl essentieller Nährstoffe, die tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden haben können. Zunächst einmal sind Beeren reich an Antioxidantien, die Verbindungen sind, die unsere Zellen vor Schäden durch schädliche Moleküle namens freie Radikale schützen helfen. Freie Radikale können zur oxidativen Belastung beitragen, einem Prozess, der mit der Entwicklung chronischer Krankheiten wie Herzkrankheiten und Krebs in Verbindung gebracht wurde. Durch die Neutralisierung freier Radikale können Antioxidantien, die in Beeren gefunden werden, das Risiko dieser Erkrankungen verringern und die allgemeine Gesundheit fördern. Darüber hinaus sind Beeren eine ausgezeichnete Quelle für Vitamine, einschließlich Vitamin C, Vitamin K und verschiedenen B-Vitaminen. Vitamin C spielt insbesondere eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Immunfunktion und der Collagenproduktion, die für die Aufrechterhaltung gesunder Haut, Knochen- und Bindegewebe unerlässlich ist. Vitamin K ist wichtig für die Blutgerinnung und die Knochengesundheit, während B-Vitamine am Energiestoffwechsel und der neurologischen Funktion beteiligt sind. Neben Antioxidantien und Vitaminen sind Beeren auch reich an Ballaststoffen, die für die Verdauungsgesundheit und die Aufrechterhaltung regelmäßiger Darmbewegungen unerlässlich sind. Ballaststoffe helfen, Sättigung oder das Gefühl der Fülle zu fördern, was beim Gewichtsmanagement helfen und übermäßiges Essen verhindern kann. Darüber hinaus wirken Ballaststoffe als Präbiotika, die die nützlichen Bakterien in unserem Darm füttern und ein gesundes Darmmikrobiom unterstützen, das zunehmend als entscheidend für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden anerkannt wird. Neben ihrem Nährstoffgehalt besitzen Beeren auch entzündungshemmende Eigenschaften, dank ihrer einzigartigen Kombination von Phytochemikalien wie Flavonoiden und Polyphenolen. Chronische Entzündungen spielen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung vieler altersbedingter Krankheiten, einschließlich Herzkrankheiten, Krebs und neurodegenerativer Erkrankungen. Durch die Verringerung von Entzündungen im Körper können Beeren dazu beitragen, diese Erkrankungen zu schützen und die Langlebigkeit zu fördern. Nummer 2. Avocado. Avocado ist eine bemerkenswerte Frucht, die für ihre cremige Textur und bemerkenswerten Gesundheitseigenschaften gefeiert wird. Über ihren köstlichen Geschmack hinaus werden Avocados für ihren reichen Nährstoffgehalt geschätzt, der eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen bietet, die sie zu einer wertvollen Ergänzung jeder Ernährung machen. Eine der herausragenden Eigenschaften von Avocados ist ihr Überfluss an gesunden Fetten, insbesondere einfach ungesättigten Fetten. Diese Fette sind bekannt für ihre herzgesunden Eigenschaften und können eine wichtige Rolle BE, der Förderung des Herzkreislaufwohlbefindens, spielen. Forschungen legen nahe, dass das Einbeziehen von einfach ungesättigten Fetten in die Ernährung dazu beitragen kann, die Werte des schlechten LDL-Cholesterins zu senken, während gleichzeitig die Werte des guten HDL-Cholesterins erhöht werden, was insgesamt zu einer verbesserten Cholesterinprofil und Reduzierung des Risikos von Herzerkrankungen führt. Darüber hinaus sind Avocados eine ausgezeichnete Quelle für Kalium, ein lebenswichtiges Mineral, das eine entscheidende Rolle bei der Regulation des Blutdrucks und der Unterstützung der Herzkreislaufgesundheit spielt. Eine ausreichende Kaliumaufnahme wird mit niedrigeren Blutdruckwerten in Verbindung gebracht, was das Risiko von Schlaganfall, Herzinfarkt und anderen Herzkreislaufkomplikationen verringern kann. Neben Kalium liefern Avocados auch signifikante Mengen an Vitamin K, das für die Blutgerinnung und die Knochengesundheit unerlässlich ist, sowie Vollsäure, ein B-Vitamin, das die Zellteilung und die DNA-Synthese unterstützt. Neben ihren herzgesunden Fetten und essentiellen Nährstoffen sind Avocados auch reich an Ballaststoffen, die für die Verdauungsgesundheit und die Förderung des Sättigungsgefühls wichtig sind. Ballaststoffe unterstützen die Verdauung, verhindern Verstopfung und helfen dabei, stabile Blutzuckerspiegel aufrecht zu erhalten. Die Aufnahme ballaststoffreicher Lebensmittel wie Avocados in ihre Ernährung kann ein gesundes Darmmikrobiom unterstützen, das Risiko der Entwicklung chronischer Krankheiten wie Typ 2 Diabetes und Darmkrebs reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden fördern. Nummer 3. Orangen. Orangen sind nicht nur köstlich, sondern auch unglaublich nahrhaft. Sie sind reich an Vitamin C und Antioxidantien und spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Immunfunktion und dem Schutz des Körpers vor oxidativem Stress. Darüber hinaus enthalten Orangen, Ballaststoffe, Kalium und andere essentielle Nährstoffe, die die Herzgesundheit fördern und die Verdauungsfunktion unterstützen. Durch regelmäßigen Verzehr von Orangen können sie eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen genießen, darunter eine verbesserte Immunität, eine bessere Herzgesundheit und eine bessere Verdauung. Nummer 4. Granatapfel. Granatäpfel mit ihrer reichen roten Farbe und den saftigen Ariels sind nicht nur optisch beeindruckend, sondern auch randvoll mit einer Vielzahl beeindruckender gesundheitlicher Vorteile. Diese alten Früchte werden seit langem für ihre medizinischen Eigenschaften und ihren Nährwert gefeiert und sind daher eine geschätzte Ergänzung jeder Ernährung. Im Mittelpunkt der gesundheitsfördernden Eigenschaften von Granatäpfeln stehen ihre potenten Antioxidantien, insbesondere Punicalagine und Antokiane. Diese Verbindungen sind bekannt für ihre Fähigkeit, oxidativen Stress und Entzündungen im Körper zu bekämpfen, die beide mit der Entwicklung chronischer Krankheiten wie Herzkrankheiten, Krebs und Diabetes verbunden sind. Durch Neutralisierung schädlicher freier Radikale und Verringerung von Entzündungen tragen Granatäpfel dazu, B.E. Zellen vor Schäden zu schützen und die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden zu unterstützen. Zusätzlich zu ihrem antioxidativen Gehalt sind Granatäpfel reich an den Vitaminen C und K, was ihre gesundheitlichen Vorteile weiter verbessert. Vitamin C ist ein kraftvolles Antioxidant, das die Immunfunktion, die Collagenproduktion und die Hautgesundheit unterstützt, während Vitamin K für die Blutgerinnung und die Knochengesundheit unerlässlich ist. Durch Bereitstellung einer signifikanten Dosis dieser Vitamine tragen Granatäpfel zu einem starken Immunsystem, gesunden Knochen und strahlender Haut bei. Des Weiteren sind Granatäpfel eine ausgezeichnete Quelle für Ballaststoffe, die für die Verdauungsgesundheit und das Gefühl der Sättigung unerlässlich sind. Ballaststoffe unterstützen die Verdauung, verhindern Verstopfung und helfen dabei, stabile Blutzuckerspiegel aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus unterstützen Ballaststoffe die Herzgesundheit, indem sie den Cholesterinspiegel senken und das Risiko von Herzkrankheiten reduzieren. Durch den regelmäßigen Verzehr von ballaststoffreichen Lebensmitteln wie Granatäpfeln können sie eine gesunde Darmflora unterstützen, die Verdauung verbessern und das Risiko chronischer Krankheiten reduzieren. Nummer 5 Trauben mit ihrem süßen Geschmack und ihrer saftigen Textur sind nicht nur ein köstlicher Snack, sondern auch ein nährstoffreiches Kraftpaket, das eine Vielzahl von gesundheitsfördernden Verbindungen enthält. Diese vielseitigen Früchte bieten eine Vielzahl von Vorteilen für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden und machen sie zu einer wertvollen Ergänzung jeder Ernährung. An vorderster Front der gesundheitlichen Vorteile von Trauben steht ihr Überfluss an Antioxidantien, einschließlich Resveratrol. Resveratrol ist eine Polyphenol-Verbindung, die in der Haut von Trauben, insbesondere roten und violetten Sorten vorkommt und hat aufgrund ihrer potenziell gesundheitsfördernden Eigenschaften erhebliche Aufmerksamkeit erregt. Forschungen legen nahe, dass Resveratrol dazu beitragen kann, Herzkrankheiten vorzubeugen, indem es Entzündungen reduziert, den Blutdruck senkt und die Cholesterinspiegel verbessert. Darüber hinaus wurde Resveratrol aufgrund seiner potenziellen Rolle B, der Unterstützung der Gehirngesundheit und der Verringerung des Risikos altersbedingter kognitiver Beeinträchtigungen untersucht, was Trauben zu einem wertvollen Verbündeten beim Erhalt der kognitiven Funktion im Alter macht. Zusätzlich zu Resveratrol sind Trauben reich an anderen Antioxidantien wie Flavonoiden und Anthocyanen, die weiter zu ihren gesundheitlichen Vorteilen beitragen. Diese Antioxidantien helfen, schädliche freie Radikale im Körper zu neutralisieren, die Zellen schädigen und zu chronischen Krankheiten wie Krebs, Diabetes und neurodegenerativen Erkrankungen beitragen können. Indem sie eine potente Dosis an Antioxidantien bereitstellen, helfen Trauben, Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und die allgemeine Gesundheit und Langlebigkeit zu unterstützen. Nummer 6. Bananen Bananen sind nicht nur praktisch und lecker, sondern auch unglaublich nahrhaft und bieten eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen, die sie zu einer wertvollen Ergänzung jeder Ernährung machen. Diese vielseitigen Früchte sind vollgepackt mit essentiellen Nährstoffen, die die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden unterstützen. Eine herausragende Eigenschaft von Bananen ist ihr hoher Kaliumgehalt. Kalium ist ein wichtiger Mineralstoff, der eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Herzgesundheit und der Regulierung des Blutdrucks spielt. Eine ausreichende Kaliumzufuhr ist mit niedrigeren Blutdruckwerten verbunden, was dazu beitragen kann, das Risiko von Herzkrankheiten und Schlaganfällen zu reduzieren. Durch den regelmäßigen Verzehr von kaliumreichen Lebensmitteln wie Bananen können sie die Herz-Kreislauf-Gesundheit unterstützen und optimale Blutdruckwerte fördern. Zusätzlich zu Kalium sind Bananen auch reich an den Vitaminen C und B6, die weiter zu ihren gesundheitlichen Vorteilen beitragen. Vitamin C ist ein kraftvolles Antioxidant, das die Immunfunktion unterstützt und Zellen vor Schäden durch freie Radikale schützt. Es spielt auch eine Rolle B der Collagenproduktion, die für die Erhaltung gesunder Haut, Knochen und Bindegewebe unerlässlich ist. Vitamin B6 ist andererseits an Stoffwechselprozessen und der Synthese von Neurotransmittern beteiligt, was die Gehirngesundheit und kognitive Funktion unterstützt. Nummer 7 Kiwi Die Kiwi ist eine super nahrhafte Frucht, die mit Vitaminen und anderen guten Dingen für deinen Körper gefüllt ist. Sie enthält viel Vitamin C, das dein Immunsystem stark hält, und Vitamin K, das wichtig für deine Knochen und dein Blut ist. Außerdem enthält sie Vitamin E, Kalium und Ballaststoffe, die ebenfalls gut für dich sind. Die Kiwi hat auch spezielle Dinge namens Antioxidantien, die deinen Körper dabei unterstützen, nicht zu schnell zu altern und nicht krank zu werden. Sie tun dies, indem sie gegen Dinge in deinem Körper kämpfen, die Schäden verursachen können, wie Entzündungen. Kiwis zu essen kann auch dazu beitragen, deinen Magen gesund zu halten und deine Haut gut aussehen zu lassen. Also wenn du gesund bleiben und dich großartig fühlen möchtest, versuche etwas Kiwi in deine Ernährung aufzunehmen. Es ist lecker und gut für dich. Die Integration dieser sieben Früchte in deine tägliche Ernährung kann dazu beitragen, die Langlebigkeit zu fördern, die allgemeine Gesundheit zu unterstützen und das Wohlbefinden im Alter zu verbessern. Denke daran, eine vielfältige und ausgewogene Ernährung zu genießen, die eine Vielzahl von Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Eiweiß und gesunden Fetten umfasst, für optimale Gesundheit und Vitalität im ganzen Leben.